um kann ich gar nicht auf sein auf sein Kanal gehen weil es gibt die Masse von PC aus auf allen Dingen ich muss heute ein bisschen arbeiten und iPhone mein Akku war leer und ich dachte mir so ich werde sterben und ich werde zu sehen hat wenn er mit dem Akku ich kenne unsere Gegner dem gar nicht auch gut No you're any me der Gerät kann ich sehen die Angst hat die Sterben Graves wir machen jetzt das Supporter-Busch-Battle Achtung pass auf ja das ging ja das ist eine große das war Haar schaft vorbei ich muss sie bereits eigentlich ein bisschen gewachsen du Schlampe aus der Türkei steht da nur um achte steht dann nur was alles von uns ich habe mich gewundert warum ist die eine gestorben um die Verwirrung ich warte die offengeben und aufpassen alle haben es kann ein gespielt gespitzt ist kann öfters oder ich glaube als ich finde es gar nicht richtig cool eigentlich so er sagt uns aber mann für jeden Fall das in Frieden keine Ahnung ich hab mal gespielt und einfach nur wo sie auch Hauptsache du machst mit dem Steilens mit der mit sich mit dem Auto hütt ist es klar also Bordes Worte Lukas ungefähr also zuerst das war so ich muss da gerade kein Mann und ich springe gleich noch mit den Busch und gibt den Teil naja doch kann ich jetzt nicht so gut gehen aber es ist ein Schlimm der Stiftung und die hat die Anerkennung hat sie nicht ein einziges Mal erzeugt bis unter 50 Prozent Prozent die Stiftung wieder so ganz los die Stiftung Ruf das ist der Stiftung Füßen der Worte so auf dem Tisch und das andere ich das gesagt nein eric es ist ja städtisch ich habe ich das gesagt und nun halt Prozent in der Richtung mit einem 3.000 und ich kaufe mit Jena und mit als er begeistert an keine Ahnung ich finde Jena hat zwar einen guten Baff aber das war es so noch ich glaube die Serie denkt dass ich sie sofort tötet sobald es ist dann gut steht mein Gott oder ist der Liefen doof nur dass ich porten kann und ich trotten los raka tötet ihn ich hab's im Ernst mit in der Rikers von acht Stunden auf jedem Skil wechseln sollte der Strafvolle erst gehen hier auf dem Ort dumm gelaufen ja ich weiß nicht warum du in die Richtung von dem Leasing gegangen bist damit er sonst geschaut nicht trifft über die Stadt ist ich schieße meist zumal ich gehe jetzt an damit er mich nicht trifft was jetzt schießt meistens man laufen wenn er an Nostrand treffen sich nicht doch ne der Situation hat das keinen Sinn gemacht erregt er hat er noch nicht geben Schleimscheißer ah hier schießen wir kassiert er hat es ist was ist kann ich klagen ja er zu verlassen ja du hast mir dazwischen gefunden doch aufs Köln ich hab acht Stunden vorher aufgehört damit zu machen aber heute ist eigentlich so ein Tag dominiert das nicht so ganz meine Maus und die gegnerische Versorgung ergrößt er ich will sie beten können das Blöde ist der Kreis steht immer so schwul hinter was an das sich nur teilweise zu treffen wo ist das Ärgerlich so beurte Zettel Bord ja Kintner eigentlich ob man das Schwein pfeift als Supporter darfst du nicht daneben stehen weil sonst küsst du nicht sehen Aber die Liste hat gerade seines Guilds falsch rumgemacht. Erst das auf den Boden hauen und dann das Ranziehen gemacht. Ja. Ich denke, der ist Alistair. Wie war das? Alistair portet sich, ne. Springt zu dir und dann so muh. Silence. Muh. Wut. Talalala. Kommt's gerne, Tower Dive. Kannst du's, ne, ach, ne. Wir haben doch eh warded. Die ist jetzt vorgekommen, weil die gesehen hat, dass ich zurückgegangen bin. Oh, jetzt hab ich Ulti. Oh, da kommt ein Graves. Kannst du Ulti-Action? Also wenn jetzt jemand lower am Tower steht, dann bitte Bescheid sagen. Dann möchte ich's gerne versuchen fürs Internet. For the Engineer. Erik, du hast das jetzt gesagt. Und wenn wir jetzt gucken, dann hören wir jetzt eh, und du schaffst es eh nicht. Ja, das machen wir ja alles via Tontechnik rausschneiden, ne? Genau, aber schneid den Satten einfach wieder raus. Hier wird nix geschnitten. Ja, die kommen wahrscheinlich in die Mitte hoch. Alarm, Alarm. Die kommen hoch, Stanner. Jo. Bin begeistert. Ulti-Hears ready. Bam, aber wir brauchen einen Ward. Ja, ich war noch nicht B, ich hab 600, 700 Gold jetzt. Ich hab auch 700, 800 Gold. Ich hab keinen Bock zurückzugehen jetzt. Du hast doch teleport. Ja, trotzdem hab ich jetzt keinen Bock zurückzugehen. Ist grad so spannend auf der Lane. Hey so, könnte's ja mal passieren. Alarm für Cobra 11 likes, so ein bisschen. Oh, guck mal, ne Jena, die portet sich B. Nee, ich will sie silenced. Nee, ich will sie silenced. Nee, ich will sie silenced. Nee, ich will sie, ich will sie. Uh, guck drauf. Es ist aber hauptsache immer richtig viel Schein kassiert, nur um den Weg zu unterbinden. Ja, mein Gott, ich hab sie silenced. Ich hatte mein Spaß. Ja, der spielt eine gute Anivia, also das ist mir schon aufgefallen. Ja, der hat uns jetzt mit 80.000 Games mit Anivia. Ja, genau so wie ich mit Irelia und Ezreal, also Irelia, Ezreal, last that mass. Und Masaha, das sind so richtig meine Mains, also die zocke ich wirklich eigentlich durchgehend. Oh Gott, wo ging das CV denn hin? Naja. Äh, da ist die Irelia dahin. Die kommt runter. Oh, das ist super. Ist's nicht. 44 Sekunden portet ich mich back. Oh. Eclipse, Lukas, kannst du ihn vielleicht an Tower binden oder so? Danke. Weil, warte mal Kevin, lass mal ein bisschen nach hinten gehen, dass ich Zeit hab, meine Ulti da ein bisschen abzupassen. Aber sieht nicht so aus, dass ich hier zum Schuss komme. Hohohohoho. Ich mein, zum Schuss meine Ulti, ne? Ja, ja. Ich weiß genau, was du meinst. Silenced, warum läuft sie weg? Ich glaub, sie weiß, was ich vorhabe. Was? Und ja, sie ist, sie hat sich bewegt. Ich kann auch nicht ein einziges Mal berührt, dieses Game. Die ist so defensiv. Kinsgegriffs, Ghost Tower Dive und hat einfach 3K-Leben. Ja, ja, Taurer machen wir kein Schein hinter dir, ist ein Lola. Oh mein Gott, Erik. Danke. Ich war hinter Jenner her, weil die... Ich war hinter Jenner her, weil die... Ich war hinter Jenner her, weil die Sinn war, viel zu einfach für mich. Kaka. Oh, jetzt ist die weg. Oh, das ist ein Kreis. Und jetzt... Useless, Erik, Useless. Scheiß bei Useless. Jetzt bin ich aber stark. Jetzt hab ich... Oh, jetzt geht der da. Butz. Und ich krieg Support, wo war der Ulti-Heal? ja Prozent der Ulti war vorher schon raus weil mit ohne den letzten so gar nicht überlebt am Anfang aber ist ja nicht schlimm die sich schon unterm Tauern getötet obwohl die mich gefokust haben und natürlich sehr klug fand die Kinder auch einfach wieder mit zehn Leben überlebt hat was uns ist er hat gesagt vielleicht kommst du noch hinterher mein Gott dass sie halt leben sie schwurbelte ihre wirbelstimme durch die Gegend und ich gucke hier weil er erstens war doch nicht jetzt aber wird von mir zu tun erwischt und dann geht sie vollkommen KZM bei der bei der Zeit ist es eigentlich gerade so perfekt dass sie genau und das Schild vorbeikommen auch war gewollt Dachguck Putz Achtung nicht hin es ist nicht so gut und ich habe noch ein Ulti hier okay mach Wartner Wartner Herr weil ich hab jetzt extra versucht den Kuh vom Nissen auszuweichen weil der Wartner der war gefeilig ist er hätte er eh nicht dran springt er hat den Kuh aber auch so Jahr wenn er nicht mit dem Scheiß Ding bewirft kann er weil die Fugel sei Ruhe genau weg waren hat es das tun bitteschön müssen Kostorreif die zweite und er kriegt mit der Katze ja 4 ich achte war immer wenn ich sterbe gibt es auch ein Kind also und nicht mit Leben ich gehe mal hier alles hinzuhören da habe ich jetzt ein Support noch traurig aber die Schütze auf Vollbold zack einfach weil das kann bis der AP oder Gäste mit wenn die Port oder was gibt aus es gibt Börse Köln ist die Vorstellung und ich würde auch gerne mal ein Pendekill machen ich habe ich hatte einmal fast geschafft um mit SDR ein Wettbewerb doch wenn sie doch dann ist zurückziehen hier kommen die Kinder Box ein Tauern Lux die Porta um es weg und und jetzt stirbst du noch hier am Rauf so gut steht glücklich das ist los mit ihr heute ich bin noch nicht warmgezockt so nicht im wach scheint es mehr doch auch schon und ich bin es gut müssen aufmerksam bei den anderen Lens dabei der Scheiß auf der Läden da müssen sie später in Ames Video angucken er ist voll Duel-Lane-mäßig drauf ich spiele quasi alle drei Lanes gleichzeitig ja richtig ich spiele eins ja genau ja dann kommt dir wieder das mit den Füßen spielen und dann kommt so wenn ich jetzt ein Tiger wäre würde ich jetzt das und das machen nee ähm ich mache einfach wenn ich jetzt das Real wäre ja die ganze Zeit mit einem Charakter folgen dringend und der Worte schon wieder was wie kann der Worte auch die was sie nicht gerade einstellt ich hab' er ist also der der Ruh geht mal auf und so Racker-Bait war könnte man mit aufhören bitte die wo und da man mit aufhören bitte sagte ich schubst die mich weg ich voll in das Graves Ding rein 2 2 ich hab Angst ich hab' den blauen Blatt gefunden gut oh die sind nicht zölbt ja aber ich Ich hingegen schon. Bam, bam. What's, Trevor? Bam, Graves. They know I... Moment, jetzt kann ich ihm... Jetzt kann ich was mit Esria abgreifen. Nein, kann ich nicht. Komm, schau, die haben wir, die haben wir. Wo ist der? Abbestern, abbestern. Ach nein. Erik, you failed. Ja, ne, ich... Ich kann leider nicht zuhören, wenn mein Seil ist so früh, und das aber ich sehe ihn. Boah, bis mein Q wieder fertig ist, ja. Ich brauche unbedingt meine cool Downschuhe. Aha. Wie ist das gefilte Game? Nein. Ich bin da hin. Zock. Oh, Grace, lass dich doch einfach mal von meinen Q erwischen. Was ist denn da? So schwer daran. Okay, hallo, die sind diesmal, gehe ich rechtzeitig zurück. Danke. Aber ich will... Oh, ich springt da rein. Ich wollte doch nur die, was alle töten. Ich will doch nur die Jenna Silencer. Die sind aus Tordat. Die dritte? What the hell? Oh my god. Ey, die Tower-Dive. Ich denke mir nur so, geh mal weg mit deinem Tower, weil der macht eh keinen Schaden. Ja. Ja. Also unser Jungler müsste öfters mal nach unten kommen. Das verspreche ich mich hier noch. Die Tower-Agro, genau. Ja, und kriegt einfach keinen Schaden. Ist so. Ist so. Was ich mache, ich potte mich jetzt genau hier hin. Ja, dann mach auch. Dann mach ich auch. Na, zu spät. Nee. Genau. Schieß einfach nicht den Q. Jetzt Tower-Diven wir die. Komm. Ja, ich hab nur ein Old Deal. Denсят den oben. Der ist marke. Ich hab nur ein Torhau. Ich hab auch hier die. Erik, du hast Tower-Agro. Ja. Ey, wieso hab ich Tower-Agro? Ich raff's nicht. Da hab keiner oben sitzen. Ne, ich hab mein Teleport gerade hier von die Botban. Missbraucht Eins ist auch raus Gut, ich bin auch nur so racker So 123 zu 107 Ha Lasse technisch lieg ich vorne Yes Das stimmt Ja, aber ganz ehrlich, wie viel damage kann er einfach nehmen Cancel Leasing geht einfach und dann Tower, kriegt 10 Hits und hat trotzdem volles Leben Geht auf ARF, also Er hat mich nicht so gelogen bei seinem Spotlight, das ist einfach richtig Starts mit der Warma uns Ja, irgendwie Can port into enemy's base und dann Pentakill Das Spot Oh no, I'm out of wards, oh my god Er kriegt immer so ne Message I'm out, you're out of wards What? Oh no, I'm out of wards Gut, okay Ja, ich bin auf blauen Eisgubel Und der Lisse entsteht an dem Dopp, man denkt sich so Oh, la 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 la, ich kann noch mehr fahren Jawoll Wo will er hin, 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 das hat mich grad irgendwie an diesen Anivia Pro Guide von McLaren erinnert Weil einfach nur, der auch solche Wo will er hin Genialen Wende gesetzt hat Denkst du, ganz ernst Denkst du, Braune, also sorry So, ich kriegst du mal zwei jetzt oben rüber Mann 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 wir sind besser dran aber wir haben trotzdem Elke so wie fest die haben uns einfach auf der Bordel in zwei mal getautet und die sind stand und vor allem ist in AfK einmal und hat sich so gedacht hey was was ich setzt mich ja mal hier diesen Trennt nicht an und keine Ahnung jetzt hab ich mich versprungen und krieg einfach mal kein Damage von Tower weil Tower Damage ist ja einfach absolut unterbewertet ist ein Passiv hier ist ein Kampelkau woher Ich will die Sterben nicht schon wieder zu 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 und zu 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 Krieg den Kill, krieg den Kill! Ist die. Ja, krieg keinen Arsch mit. Nein. Nein. Ich will mal wieder schön Kill stealen, aber irgendwie klappt das nicht. Juhu. Gegeben. Gegebene. Na ja, das wird dann ein kurzer Upload. Grüße an die Arbe-Community. This video is part of The Way Movement, a career path for YouTubers. To learn more, visit tgn.tv